... ist dem Feind gelungen, die Front in Breiterformation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer... Steiner... Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner, das war ein Befehl! Wer schickt sie? Der Angriff Steiner, das war ein Befehl zu widersetzen! Oh, meinst du das einfach, Gettel? Der Militär hat mich verlogen! Jeder hat mich verlogen, sogar die OSS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederverrechtlicher, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblieben... Ich als Feiglinge, verreißer, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Kinderland, das ist doch ein Geschmäusch des deutschen Volkes! Sie sind ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie hinzugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Jahrelang hat das Militäärmulationen nur behindert! Es hat mit denen nur ein schicklichen Widerstand in den Weg geleckt! Ich hätte gut daran getan, um jahrelang alle Hörnoffiziere registrieren zu lassen wie Stalin! Bitte gerne, jetzt beruhig dich doch! Ohne Befehle sind in den Wind gesprochen! Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen bei Ihnen verlasse, irren Sie sich gewaltig! Eher jagge ich mir eine Kugel durch den Kopf! Der Krieg ist hier in den Kopf! Und Sie kommen jetzt mal wieder! Und jetzt seht ihr in den Kopf mit dem Kopf! nach unten, In der Kopf? In der Kopf? In der Kopf? Wir sind in der Kopf? Und jetzt?